hallo und willkommen zurück zum minecraft academy weiter geht's und heute geht es darum estrell sorcery weiter zu machen ich habe die mod noch nicht ganz verstanden am besten voll lange schon am spielen aber werden versuchen heute ein paar sachen fertig zu stellen und ich muss dazu sagen die mod ist so umfangreich dass man darum fast ein ganz eigenes projekt spinnen kann aber das lassen wir jetzt einfach mal jetzt machen wir weiter mit academy los geht's also hatte ich auch mal gelesen als kritik dass ich hier viele sachen einfach nur baue so der reihe nach aber das ist halt bei einer mod spezifischen oder beziehungsweise questbuch spezifischen an sache immer meistens so der fall dass man einfach nur die sachen runter craftet das ist aber eigentlich auch nicht so der regelfall also andere die sag ich mal solche mod pack spielen die bauen jetzt nicht unbedingt so eine krasse anlage dahin wie ich jetzt klar kann man dann natürlich noch einiges verfeinern und besser bauen aber wir lassen es jetzt erstmal so wie es ist und machen hier oben weiter so hier unten haben wir erstmal den aufbau gemacht von von dem ritual pedestal wir haben auch noch im buch vielleicht brauchen wir es vielleicht nicht und ich mache mal ein bisschen beleuchtung noch dahin mit sie ein bisschen heller ist und normalerweise müsste man hier noch irgendwelche coolen türbe machen so ausläufer die die ganzen artare festhalten da könnte man schon einiges machen oder sowas als gruppenprojekt wenn ich auch geil wenn wenn überall so altare stehen jeder irgendwas machen kann und ja gut dann ist aber die frage was man dann rest des projekts macht weil da viele wahrscheinlich schon nach ein zwei tagen komplett durch sind wenn sie sich darauf spezialisieren so jetzt geht aber wie folgt da sagt man ja oft dass bei manchen projekten einfach geballert wird und dann ist einfach alles fertig so in kürzester zeit so wir brauchen einen samen und sapling blätter und diese anderen steine ok bin gespannt was das bringt wir müssen aber einmal zurück gehen weil wir blätter und zu brauchen so saplings doch blätter haben wir noch oder ist ja cool dann schnell hoch wir brauchen einen vollen eimer wir brauchen dann noch mal diese anderen stones marble sind glaube ich die hier jemand sagt doch man kann ja einfach schüssel aber brauchen wir nicht wir können ja auch so bauen wir brauchen immer richtig also viele davon kann man einfach schüsseln habe ich gehört habe ich mir sagen lassen dass das möglich ist so davon aber auch noch ein bisschen was gemacht davon auch und jetzt gucken wir mal was wir alles brauchen für dieses wunderschöne nein treken saplings grow near tree bacon will grow into special trees that can be broken warte mal tree bacon war das kann ich einfach suchen jetzt und dann einfach reinziehen schade dass das nicht direkt aus dem buch geht da ist er funktioniert ich glaube das reicht sogar an kraft sogar bei hell bei 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 am tag geht es auch cool hat dauert nur kurz ok ok waren nicht tree bacon ist an tree beacon so ok wir packen den einfach jetzt mal hier hin hallo aha komische kräfte verändern unsere bäume wir sind gespannt so nächstes ding ah und dann wollen wir diese komischen säulen gehen die ne warte so gehen die nicht wir brauchen aber ach krass da gibt direkt vier stück da machen wir mal 20 und machen dann diese säulen das gibt direkt drei ok ich brauche nur vier ok alles gut sondern jetzt müssen wir eigentlich dieses so genannte stelle refraction table machen man kann an sachen verzaubern mit der power von konstellationen also je nach konstellation haben dann eure sachen andere o mein gott voll bunt eigenschaft mehr oder weniger und deswegen ist das eigentlich ganz cool hohe stelle refraction table oder es war sehr groß wo da muss ich war so sieht doch schon mal gut aus so was haben wir denn noch nicht für ein aber sieht man sogar was schon im im himmel gefunden wurde und was nicht wir nehmen octanes was auch immer es ist wir gucken uns und dann auch die hatte ich noch nicht gefunden okay cool direkt mal ins buch zack finde ich aber gut dass man die sachen auch direkt darauf bewahren kann so direkt so eine interne tasche so und da muss man bestimmt hier mit arbeiten sieht doch super aus aber sehr sehr geiles teil muss man wahrscheinlich auch die die star power drauf leiten um sachen zu verzaubern und nein wir brauchen glas pain haben wir das nicht haben wir alles schon umgecraftet anscheinend cool okay und das nächste gerät die ritual anchor dann fällt gerade auf ich glaube ich hatte gerade ein paar weniger fps ne ist cool wenn man dann nebenbei noch ändert die kann man überall hinstellen wie cool das ist und dann kann man nicht verlinken aber wir haben kein aktives ritual ärgerlich dann brauchen wir noch ein shifting star das ist quasi um die moment wo sind sie um das hier zu resetten wenn man perks hat aber die perks sind echt cool oder experience more melee damage das ist einfach wie so ein super krasser skillbaum w tf wo sie gerade ist fast wieder leer alles von ein uhr war wenn ich alles gesichert wäre schon einiges kaputt gegangen durch so creeper nein auf da war doch was drin eigentlich wollte ich ja nur reinklicken für den shifting star also damit kann man quasi seine skill punkte bzw seine perks resetten und dann nochmal ein neues gehen. Das ist eigentlich ganz cool. Oh, das geht mal schnell. Nee, ich halte mal lieber nicht gedrückt. Mineralist. Ich sollte mal gucken, welche mir noch fehlen, by the way. Na, jetzt sieht doch gut aus. Wird auch gerade dunkel, aber wir können theoretisch neue Konstellationen suchen, wenn wir sie denn brauchen. Okay, das wird, glaube ich, interessant. Haben wir den Resonator noch? Da ist er. So, das ist drin. Muss ich jetzt einfach hergehen und die anderen Sachen hier draußen verteilen? So, den soll ich bauen. Da muss ich irgendwelche Gems haben und noch dieses Zeichen im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ist das die richtige, das richtige Rezept da drin? Ja, das ist eigentlich richtig, oder? Jetzt brauchen wir nur noch das richtige Zeichen im Hintergrund. Das war doch Oktan, oder? Warte, ich gucke nochmal ganz kurz. Oktans. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist die Frage nur, wo das hier hinkommt, ne? Nein, da kommt es schon mal nicht hin. Ich meine, die Sachen kommen eigentlich davor, oder nicht? Oh Mann. Das ist einfach so krass, dieses Werkzeug. Ich mag es nicht. So, probieren wir mal was anderes, und zwar den Mantel of the Stars. Ich glaube, das kriege ich auch nicht hin. Ich glaube, da fehlt mir irgendwas, was ich noch nicht bedacht habe. Okay, wir brauchen eine Enderperle, eine Feder. Ja, da fehlen mir auf jeden Fall die Teile dafür. Das ist schon mal gut. Die Sachen gehen halt gerade nicht so, wie sie sollen. Ich packe nochmal die Sachen raus und nehme dann den Mantel of the Stars. Ist das alles? Ah ja, anscheinend. Du hast jetzt hier so ein Kristall drin. Dann brauchen wir... Achso, warte, war der ertuned? Musste der ertuned sein? Ah, ne, war eigentlich egal. Ne, doch, ertuned Rock Crystal. Attuned Rock Crystal. Ne, war eigentlich egal. Okay. Wir brauchen Starmetal, Enderperle, Feather und Stardust. Okay. Vier Stück also. Und Stardust, ne Enderperle, warte mal, Stardust. Was war da noch drin? Äh, genau, so ein Ingot. Enderperle und eine Feder. Enderperle haben wir am Start. Feder leider nicht. Muss ich nochmal ihm holen. Und wir brauchen massiv mehr Starlight. Verdammt. Aha, geklappt. Okay. Genug Power ist, glaube ich, da, ne? Oh, wir können den bauen. Sehr gut. Perfekt. Das funktioniert komischerweise. Das andere gerade nicht mit der Konstellation. Egal. Lassen wir erstmal so. Ah, das muss dahin, wo er es mir sagt. Jetzt verstehe ich es langsam. Okay, cool. Da muss, glaube ich, noch was hin. Und ich warte hier einfach so lange. So, jetzt ist alles da, wo es hin soll. Und jetzt, komm, mach mir den Anzug. Oder was fehlt hier noch? Ne, da fehlt nichts. Okay, cool. Da ist er. Oh, endlich hat es geklappt, Alter. Was war das denn? Oh, Chaos Resistance. Dabei weiß ich noch gar nicht, was Chaos ist hier drin. Gucken, ob das bei dem anderen Ding jetzt auch so geht. Bin ich gespannt. Ah ja, geht wirklich. Okay, jetzt muss ich da die Sachen setzen, wo es strahlt. Ich lass die anderen da einfach mal liegen. Da muss jetzt so ein Resident Crystal hin. Wo bist du? Oh, so ein Aquamarine besser gesagt. Aquamarine. Zack. Da noch einer hin? Oder da? Ah, ne, hier. Okay, da. Muss dynamisch arbeiten. Hier ist noch was Blaues. Da auch. Ich trage einfach mal welche hin. Okay. Vielleicht für nächstes Mal. Ah, hier ist noch einer. Insgesamt brauchen wir vier. Aber ist schon eine sehr, sehr geile Mod. Auch sehr krass so gesehen. Fünf. Okay, wir brauchen fünf. So, Living Liquids. Okay, ich hab den jetzt einfach mal hierhin gebaut. Das ist ja mehr als cool. Der sammelt einfach die Flüssigkeiten aus den Altaren. und sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und man kann das dann quasi einfach hier rausnehmen. Oh nein, mein Eimer. Doch, einfach hier rausnehmen und dann hier unten irgendwo reinschütten oder auch zurückschütten in den Altar. Und das geht natürlich nicht mit nur der Liquid Starlight, sondern auch mit jeder anderen Flüssigkeit. Sehr, sehr cool. Und der saugt gerade hier echt die ganze Flüssigkeit ab. Oh, Liquid Spark. Hallo. Planetarium. Oh, lol. Observatorium. Wie krass ist das denn, bitteschön? Das ist allerdings wieder so eine Konstellation hinter. Oder muss ich die halt so passend dazu aufholen? Wir probieren das einfach nochmal, den hier. Ne, der will gar nicht starten. Warum auch immer. Komisch. Dann auf zum Observatorium. Ich glaube nicht das, was die nachher noch schaffen, aber wir können es ja mal versuchen. So, Observatorium. Boah, das sieht einfach so unglaublich krass aus, dieses Gerät. Fehlt da was? Glas, Glasscheibe. Ne, eigentlich fehlt da wieder nur die Konstellation. Also dasselbe, was uns jetzt gerade bei dem anderen immer rauswirft. Wobei ich glaube, diese Konstellation habe ich noch gar nicht gefunden. Muss man die dann finden? Ich denke schon, oder? Ich glaube, das war es dann für heute. Also ich musste echt nochmal gucken, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht machen wir es auch im Livestream und ihr könnt dann einfach aktiv helfen. Nochmal Dankeschön für die letzte Hilfe, die da war. Ich muss mir zu diesem Teil echt Tutorials angucken, weil ich komme hier einfach nicht weiter, weil es funktioniert einfach nicht so, wie es halt im Buch steht, beziehungsweise so, wie ich es verstehe. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir machen nächstes Mal, glaube ich, den Draconic-Reaktor einfach mal da unten hin und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, Daumen nach oben. Auch wenn das echt eine Chaos-Folge war. Ich könnte ja mal den Ansatz hier anziehen. Ich habe da weniger Chaos. Obwohl, warte, das ist eine gute Idee. Falle ich runter. So, und ansonsten bis zum nächsten Part. Tschüss.